Wir hier von der Grenze leben ja immer so, wie wenn es keine Grenzen gibt. So hätte ich auch die Großregel noch mehr als es eh schon ist. Das müssen wir auch immer wieder mal feiern. Und durch einen Tag der Großregion kommt die Bewusstseinsnahme an. Am besten gefällt mir in dieser Großregion, dass es ein Laboratorium Europas ist, wo mehrere Sprachen nehmen und sogar miteinander nicht konkurrieren, sondern benutzen werden. Und das, glaube ich, ist das, was uns so einzigartig macht und das wir auch noch bewusster wollen und fragen müssen. EINNER EINNER